Willkommen zurück, Leute, zu Shenmue. Wir befinden uns am Hafen am nächsten Tag und ich denke, ich weiß nun, wo der alte Warehouse-District ist. Ich bin mir fast sicher, wir sind ja die ganze Zeit, haben wir ja versucht, da hinten bei ihm reinzukommen und er wusste halt gar nicht, was er da macht und... Naja, er hatte einfach keine Ahnung. So, laut Karte gibt es zwar da hinten keine Eingänge, zumindest nicht welche, die eingezeichnet sind, aber es gibt hier welche. Und Tom ist sogar hier. Um Hotdog verkaufen. Ich weiß nicht, Tom, ich weiß nicht. So, ich glaube, hier ist es noch nicht. Kann man kurz über die reden. Okay, hat also nichts mit dem... Und warum? Also, naja, er sagt mir jetzt, ne, die kontrollieren das nicht, sozusagen, aber sie kontrollieren es. Ja, denn das ist es tatsächlich. Äh, schwere Bewachung am Tag, nachts ist meine einzige Chance reinzuschleichen. Und da haben wir es nämlich, jetzt darf ich hier wieder warten, bis es Nacht ist, das dauert in Real Lifetime wahrscheinlich, boah, 30 Minuten oder so. Das ist ein Traum. Und, äh, dann haben wir eine, eine, äh, Metal Gear Sequenz hier in diesem Spiel, was, äh, absolut super wird, da bin ich mir sicher. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, wir sehen uns in der Nacht wieder. Bis... gleich. Hui, das hat kaum gedauert. Mein Gott, es ist Nacht, endlich. Und wir sehen schon, die Bewachung ist, äh, schwächer geworden. Denn vorne steht zumindest keiner mehr. Old Warehouse District. Den habe ich mir gewünscht. Oh. Alter. Alter, hier ist aber richtig was los, ne? Ähm. Okay, ich kann mich hier dran stellen, damit ich so ein bisschen sehen kann, was abgeht. Okay. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, ähm... Wo muss ich im Endeffekt hin, ne? Wo muss ich jetzt langsam eine Entscheidung treffen? Hm. Fünf. Was hat er vor? Er kommt zumindest nicht näher. Zurück kommt er nicht. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn da hinten? Ist es das vielleicht schon? Vier. So wie suboptimal. Alter, ich wollte doch gerade sagen, die Schritte, Alter, die hören sich so an, als wären... Es wäre da nicht dicht bei mir, sondern... Direkt an mir dran. Oh Gott. Fugging metal your solid action hier. Oh, 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 oh. You're shitting me. You're shitting me. Jeder war an mir vorbei, oder? Oder er geht jetzt zurück. Eins von beiden. Ich wollte gerade sagen, der dürfte mich da ja nicht verstecken, wenn der mich dann da erwischt. Das wäre ja ein bisschen doof. Okay, Rio. Dann werden wir ihm folgen. Wenn da Warehouse... Sieben ist, dann wird er wohl rechts weiter Nummer acht sein. Natürlich können wir hier nicht von einem logischen Aufbau oder so ausgehen, ne? Das ist natürlich nicht. Acht. Das ist es. Und da ist auch die Eingangstür. Das war doch gar nicht mal so schwer. Da hatte ich jetzt ein bisschen Angst, dass das richtig hart wird, aber das war ja voll okay. Die Musik ist so richtig bedrohlich. To sneak into aid. Ey, die habe ich doch. Brauchst du mir jetzt nicht nochmal gesondert erzählen. Aua. Das ist so scheiße laut, ne? Das ist einfach so scheiße laut alles. Kann man hier rein? Ne. Kann man nicht. Hätte man hier vielleicht auch reinkommen können? Okay, also oben... Oben scheint nichts zu sein. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Moment. Hallo? Da wollte ich nicht dran. Ich wollte hier gucken. Du sagst es. Haben wir hier auch irgendetwas, was... Irgendetwas, was in irgendeiner Form für uns vielleicht interessiert. Ist da was drin? Ja, guck doch rein, Mensch. Alter, die Musik. Wollt ihr mich fertig machen? Ich kann auch sowas nicht haben. Vor allem nicht, wenn da so eine krasse Musik ist. Wer ist da? Wer ist da? Wait, Guizan. What? Master Chen. Master Chen? You are the young man who has called? Yes, Ryo Hazuki. This says, if you ever need help, seek the aid of Master Chen. May I look at the letter? Sure. Yes, this is Zhu's handwriting. But it appears this letter arrived too late. Yes. This Zhu Yongda, how does he know my father? Zhu and your father brought back a certain mirror from China. The mirror? The one that man stole. It was stolen? Yes. The man who killed my father, Lan Di. Lan Di. Do you know him? Well, I know of him. An organization called Qi Youmen. Its leader goes by that name. I hear he's a master of a deadly martial art. Yes, he used a style I've never seen. I think we mean the same person. What does this mean? Please tell me, why my father? You needn't tell this boy anything, father. Father? No, I'm bound by my promise to Zhu and, uh, regarding this boy's father. But, but... Was only one mirror stolen? Huh. I'm asking if only one mirror was stolen. Yes. Made of stone. A dragon design. If so, then there's one more. I believe the Phoenix Mirror. Phoenix? A mythical bird of Chinese legend that guards human life. That mirror? My house? Perhaps. Find it and then you'll go. Yes. When I do, I'll return. From now on, telephone beforehand. And remember the password. Oh, es ist nächster Morgen. Wunderbar. Es gibt also einen zweiten Spiegel. Aber wo kann der sein? Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich in meinem Haus, äh, alles durchsuchen sollte. Na gut, ich hab ne kleine Ahnung. Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Natürlich hab ich eine Ahnung. The Phoenix Mirror must be somewhere in our house. It's my only lead, so I must find it. Ja, das ist der einzige Clou, den wir haben. Ähm, da sollte man dann auf jeden Fall mal die Menschen, die so in diesem Haus leben, vielleicht mal drauf ansprechen. Wo ist denn die gute Inie? Hä? Hat die nicht irgendwo hier zu sein? Das wär halt echt super. Weil ich denke, wir müssen sie jetzt darauf ansprechen. Also ich geh ganz stark davon aus. Die Frage ist halt nur, wo ist die? Haben wir die überhaupt schon mal im Haus getroffen? Nicht, dass ich wüsste. Zumindest nicht wirklich. Fukuhara, da wird sie wohl nicht sein. Wir schauen kurz, wir schauen kurz. Das würde wenigstens einmal nachgesehen haben. Soll ja nicht heißen, wir hätten nicht alles, äh, direkt versucht, ne? Das wäre nämlich doof. Ich weiß auch gar nicht, ob sie uns das dann direkt sagt, also... Kann ich jetzt nicht mal versprechen. Ich geh jetzt einfach schlicht und ergreifend davon aus, aber... Fukuhara, weiß der das? Ich... Nee. Woher soll er das denn schon wissen? Da ist sie doch. Wunderbar. Hallo? Ähm, ähm... Ine-san? Yes, what is it? Well, about that day. Have you remembered anything? No. And I do not want to think about it. I get chills thinking about it even now. Oh. By the way. Fukuhara-san was looking for you. Huh? Fukuhara-san is? Okay. Na, dann vielleicht doch er. Naja, wenn er schon nach uns sucht, dann, ähm... Wollen wir ihn mal nicht warten lassen. Er wird garantiert im Dojo sein. Kennen wir ja. I should be grateful. Auf jeden Fall. Boah, da müssen wir ja heute einmal nicht zum Hafen. Das ist cool. Und ich glaube, wir haben jetzt sogar so einen kurzen Augenblick im Spiel, wo es keine Wartezeiten geben wird. Sondern wo alles einfach zack, 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 auf Schlag auf Schlag kommen könnte. Wenn wir es entsprechend gut hinbekommen. Da liegt dann wieder so ein bisschen die Schwierigkeit. Denn, ja, in diesem Bereich des Spiels kenne ich mich jetzt nicht hundertprozentig aus. Fukuhara-san. Huh? Um, Ryo-san, ich... Was ist es, Fukuhara? Ich bin sorry. Ich habe Ine-san gesagt. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, was du machst. Ich habe gesagt, was ich weiß. Du, was? Ich habe einfach nicht helfen. Und die Ine-san brauchte ich wissen. Fukuhara-san. Ich bin wirklich entschuldigt. Es ist okay. Fukuhara, du wissen, was du über die Fenyx-Mirror? Die Fenyx-Mirror? Mein Vater hat es. Nein, ich habe nie gehört, dass er etwas über die Fenyx-Mirror gesagt hat. Ine-san, vielleicht weiß es etwas über die Fenyx-Mirror. Okay, wir fragen sie. Aber die ist doch sauer auf dich. Da kannst du doch jetzt nicht hin. Das können wir doch nicht machen. Oh, Ine-san. Fukuhara-san spricht sehr loud, nicht wahr? Huh? Ich habe gerade gehört, dass du zwei von dir sprechen. Wir sprechen? Ja, ich bin sorry. Es war für mich auch für Eves-Drop. Oh, es ist okay. Nein, es ist nicht. Aber dann, wer kann der Sonne von Iwaohazuki bleiben? Ich liebe es zu sagen, aber... Ich fühle mich, dass ich dein Vater verletzt habe. Ich fühle mich, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich bin sorry, dass ich mich sehr interessiert habe. Ryo-san, ich weiß nicht, ob es das hilft, oder nicht. Aber es war eine Sache, ich erinnere mich. Es war nicht so lange, wenn... ...Azuki-Sensei ging in einen Antikus-Mirror ... zu haben etwas für ihn. Mein Vater hat was? Ich weiß nicht, was es war, aber er sagte, dass es sehr wichtig war. Antikus-Mirror Ich schätze, das ist dann dieses Mal der andere. Ich meine, im Russia-Shina-Shop waren wir ja schon. Die hat uns nichts darüber gesagt. Schätze mal, es gibt ja noch ein, also mindestens ein. Wenn nicht sogar zwei, aber ich... Keine Ahnung. Ich würde sagen, den würde ich jetzt am ehesten aufsuchen. Boah, wir haben heute aber schon ganz schön was geschafft, so irgendwie storytechnisch, ne? Es geht... Es geht jetzt wirklich voran, muss man jetzt auch mal so sagen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das geht gerade hier so richtig voran. Finde ich gut. Finde ich gut. Ähm... Ja, der Shop. Der Shop. Ähm... Jetzt wird das alles so ein bisschen... Ich glaube, es wird jetzt relativ rätselastig. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, jetzt kommt so eine richtige Sequenz, wo man nur einmal deinen Kopf anstrengen muss. Könnte es zumindest durchaus sein. So, das Gute ist, ich kenne mittlerweile so straight den Weg, ne? Da macht mir... Ups. Da macht mir keiner mehr was vor. Sie hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Muss ich jetzt nur zugeben. Sie hat mich gerade echt ein wenig erschreckt. So... Boah. Mit ihrem Besen. Dubuita. 9.53 Uhr. Das passt dann auch von der Uhrzeit her super, weil die meisten Läden machen ja um 10 auf. Das ist fast schon wie ein wahrgewordener Traum, wie das hier gerade läuft. Bin ich ehrlich gesagt nicht mehr gewohnt. Okay, ich habe auch schon eine Dreiviertelstunde hier fast abgesessen. Ja, fuhre mal ab, ne? Hey. So. Da sind wir. China Russia. Genau, das ist der. Ich meine, es gab hier halt irgendwie noch einen. Wo ist der denn? Antik. Bunkado. Da würde ich hingehen. Also, nächste rechts und dann, ja. Und dann finden wir das schon. Dann finden wir das schon. Wir müssen also eigentlich nur die Hauptstraße entlang. So sollte es zumindest sein. Weil ich fast sagen würde... Ne, hier ist... Dann wollen wir doch mal da nachfragen. Ja, komm, wenn wir schon direkt hier sind, können wir auch nachfragen. Das macht schon Sinn. Weil ich immer noch der Meinung bin, man hätte uns Bescheid gesagt. Aber hey. Oh, hello, Hazuki-san. Yes, what is it? Would you happen to know, what time the antique shop opens? The antique shop? You mean Bunkado? Across from the lunchbox stand? Yes. Sag mal, du kannst doch nicht... Du kannst doch nicht... Das hat er nicht gemacht, oder? Hat er das gerade gemacht? Er geht in den einen Antikladen, um zu fragen, wann der andere aufmacht. Ja, gut, ne? Finde ich... Weiß ich nicht. Das ist nicht anständig, ne? Das ist nicht sonderlich anständig. Yay, mein Bild. Och man, ich hab so Angst, dass das Ding kaputt geht, ne? Oh. Und tschüss. Ist uns egal, hey. Ist uns egal, ist uns egal. Ich bald... Ey, Alter, was ist denn los mit dir? Ist doch nicht da, dass das wieder noch sein, oder? Ja, kann sein, das sieht doch schon voll danach aus. Gute Bunkado, Antiques. Vielleicht ist es auch die Dreamcast. Lass es bitte nicht die Dreamcast sein. Die hier kaputt geht. Das wäre schrecklich. Ich würde weinen. Wirklich jetzt. Excuse me. Oh. That's a delightful sound, don't you agree? It was made especially for that Butterfly woman. You know, Madam Butterfly, don't you? You, your Hazuki Sensei's... Oh my, that was a terrible thing. Your father. Ah, I was holding something at Sensei's request. Hmm, just where did I put it, huh? Oh, yes, it was very important, so I put it here. He'd asked me to polish and look after it for him. Um, for my father? It's given to the Hazuki heirs once they turn 18. I gather this antique has been passed down from generation to generation. Father. If there's anything I can do for you, please let me know. Hazuki Sensei was always there for me when I needed him. Was there anything else that he asked you to hold for him? Anything else? Like a mirror, called the Phoenix Mirror. A Phoenix Mirror? Hmm. Sorry, I don't know of any mirror. Well, that's okay. Thank you very much. So, das war nicht ganz das, was wir wollten. Allerdings kann ich euch jetzt schon sagen, das wird uns sehr helfen, dabei ist zu finden, was wir wirklich haben wollen. Ähm. So, und wir werden jetzt noch ganz kurz was erledigen in diesem Part. Warte, Dad left me, äh, Hazuki Family Sword, Handguard. Ja, 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 ja. Ähm. Noch eine ganz kleine Kleinigkeit werden wir jetzt ganz schnell erledigen, bevor wir weitermachen. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Moment. Ich suche gerade den ganz normalen Shop. Da ist er. Da ist er. Da müssen wir mal ganz schnell rein. Denn, äh, da können wir eine kleine Besorgung machen. Schon für den nächsten Part. So ein bisschen vorausdenken, ne? Oh, die Musik hier ist auch voll geil, finde ich. Duh, duh, dünn. Duh, dünn. Hier kann man nämlich alles Mögliche kaufen, wie, äh, Kassetten und, 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 äh, Glühbirnen und Kerzen und, ah. Das ist total cool. Flashlight. Fucking Sega-Batterien. Ich weiß gar nicht, welche ich brauche. Ich nehme mal beide. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall Batterien. Yo, may I help you? This. Duh, 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 duh. Coming in, yo. Gut, gut, gut. Das ist, äh, absolut super. Aber. Nein, Mann. Ich hätte auch noch gerne diese. Weil, ich weiß jetzt wirklich nicht, welche ich brauche. Yo, may I help you? This. Oh, dann hätte ich gerne noch was. Ja, ja, ja. Ich bin heute... Das ist der wahre Kaufrausch. So könnte man es nennen. Mal ganz crazy. Wer sind wir aber nicht? So. Wir kaufen noch zusätzlich. Nee. Meine Güte, warum ist das denn so schwer, auf gewisse Dinge zu kommen? Das gibt's doch nicht. So, gib mir jetzt hier. Äh, sicherheitshalber. Streichhölzer. Kannst du dich drei Sachen auf einmal in die Hand nehmen, Rio? Das wäre echt ein Traum. Wenn ich alles einzeln kaufe. Und sie hält dich doch auch für bekloppt. Come again, yo. Sie hält dich doch für einen fucking Idioten. So, dreh dich mal um. Hier ist übrigens die Preisliste. Und da seht ihr zwei Sega Saturn-Spiele. Weiß nicht, ob man die noch besser sehen kann. Eigentlich... Eigentlich war ich der Meinung, man konnte die mal richtig erkennen. Aber das sind auf jeden Fall zwei Sega Saturn-Spiele da auf dem zweiten Platz. Und die hätte ich gerne irgendwann mal. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. So. Das soll es allerdings für diesen Part von Shenmue gewesen sein. Und im nächsten Part werden wir herausfinden, wo der Phoenix Mirror versteckt ist. Hm. Haben wir schon fast so weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann. Und ciao.